Okay, jetzt ist es Zeit fürs Bett. Lasst mich kurz gehen und euer Buch holen, um euch etwas vorzulesen. Bleibt hier! Hier kommt das Märchen für meine Babyhaie. Oh nein! Wo sind meine Babyhaie? Ich muss sie finden! Wow! Lasst uns die Haie finden! Es ist Zeit zum Einkaufen! Als erstes brauche ich Eier. Was kommt als nächstes? Als nächstes kommt Kürbis. Hooray! Ich suche eine Tomate. Hier ist sie! Als nächstes kommt die Banane. Als letztes eine Paprika. Wow! So eine lange Schlange! Du kannst zuerst gehen! Dankeschön! Hallo! Wie kann ich dir heute helfen? Sehr seltsam! Entschuldigung, Dascher! Hast du die Babyhaie gesehen? Ja! Ich habe sie im Laden gesehen! Danke! Ich lasse das für alle Fälle da! Danke für den Hinweis! Danke für den Hinweis! Hier ist niemand! Oh, diese frechen Babyhaie! Guten Appetit! Dankeschön! Einen schönen Tag! Ja, euch auch! Wartet, was? Ist das ein Heim mit einem Staubsauger? Ich sollte wohl besser schlafen gehen Oma, hast du meine Babyhaie gesehen? Nein, Steffi, habe ich nicht Wo sind die Haie hin? Sie waren hier, ich kann es fühlen Was ist das? Ist das ein Haifischzahn? Ja, das ist mein erster Anhaltspunkt Hab ich ein Hai gesehen? Was ist das? Du warst, Badermonte Du warst, Badermonte Du warst, Badermonte Huh? Was? Das macht Spaß, ich sollte mich ihnen anschließen Was liest du da? Ich löse Aschenputte Sie werden heiraten Hey, hör auf zu spoilern Upsi, entschuldige Hey, kann ich mitmachen? Das waren genug Übungen für mich Ich komme nicht über dieses Level hinaus Lass mich dir helfen Wow, das war toll Danke Nichts zu danken Was ist hier los? Ich habe mir Sorgen um euch gemacht Ihr solltet doch alle im Bett sein Oh Ups 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 Upsi, wir haben doch nur Spaß gemacht Ups 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 Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage Ups 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 Lähdl. Ja. Aha. Ich werde du dir machen. Wuhu. Gut. Aha. Ja. Wow. Sehr gut. Hello! Aha! Yeah! Wow! Wow! Yay! Lekka! Bye! Aha, ich bin fertig. Aha. Hi Alex. Hallo. Was machst du? Oh, Carbonara. Oh, ja. Schön. Lecker. Das ist nicht essbar. Lass uns richtige Pasta machen. Ja, los geht's. Hahaha. 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 Welche sollen wir nehmen? Alex, wir brauchen auch Soße. Wow, Pesto. Hey. Hahaha. 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 Senf. Ketchup. Das sieht aus wie Käsesoße. Gemüse. Wir brauchen Gemüse. 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 Ja, natürlich. Es wird viel besser schmecken. Oh, yeah. Wow, Alex. Hier ist es. Tomaten. Wow. Wow. Ich liebe Champignons. Wow. Ich liebe Champignons. Los geht's. Los geht's. Wow. Käse. Ähm. Das ist immer gut für die Nudeln. Ähä. Yay. Aha. Wer liebt sie nicht, die Oliven? Alex liebt Oliven? Nein. Nein. Aber ich liebe sie. Lass sie uns nehmen. Nein. Nein. Hohoho. Und jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Lass uns nach Hause gehen und Nudeln machen. Ja, los geht's. Hahaha. 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 Du darfst entscheiden. Welche Nudeln sollen wir machen? Wow. 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 Gute Wahl. Juppie. Hahaha. Haha. 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 Sehr cool. Sie werden sehr bald fertig sein. Yay. Fünf Minuten später. Haha. Haha. Uh. Juppie. Wow. Das riecht wirklich gut. Juppie. 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 Luke hat unsere ganze Pasta aufgegessen, aber das ist kein Problem, lasst uns einfach selbst Nudeln herstellen, seht mal was ich hier habe, eine Nudelmaschine, lasst uns selbstgemachte Pasta machen, wow, wir brauchen ein paar Zutaten, schaut, Mehl, Wasser, Eier, Olivenöl, okay, Mehl, Aha, etwas Wasser, ein kleines bisschen Öl, aha, nice, oho, also, der Teig ist fertig, wow, Oh, ja, wow, wow, und ich habe eine Überraschung, fügen wir etwas Lebensmittelfarbe hinzu, yeah, wow, 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 hey Alex, zieh dir das mal an, wow, aha, wow, 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 wow Noch etwas? Tomaten, Pilze, Käse oder Oliven? Käse! Gute Wahl! Wow! Bitte sehr! Lecker! Wir wollen aufzunehmen! Wähl die Farbe, die ihr essen möchtet! Dasha, welche Farbe möchtest du? Rot! Klar! Rot für dich? Bitte sehr! Gelb! Klar! Bitte schön! Das ist super! Auch rot, wie Dasha! Lecker! Bitte schön! Und du, was möchtest du? Grün! Sicher! Die sind nur für dich! Wow! Rudelchen-Decker!